Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen beim K-Mechanics Simulator 2021, also bei der Demo. Es ist fast so falsch, ob es nie leiser wird. Schauen wir mal, ob es, wenn wir die Demo starten, leiser wird. Neues Spiel. Schauen wir mal. Wenn du das spielst, empfehlen wir dir das Tutorial. Ach, Tutorial. Das ist ja... Ha. Ha, I say. Wir legen einfach los. Ich mein... Aber jetzt ist es wieder so tierisch leise. Willkommen bei der K-Mechanics Simulator 2021 Demo. Das Demo möchte ich dir die neuen Funktionen vorstellen. Demo enthält zwei Aufgaben, in denen zwei neue Autos vorgestellt werden. Saal im GW500, der Sakura Super. Sonst kannst du deine Hände an deinen eigenen Welts 2040 schmutzig machen. Komplett aufgewähltes Werkzeug. Ein großes Raumlayer. Einige Werkzeuge sind gesperrt. Werkzeuge... Repertortisch... Ausflugmaschine... Und der Federnabzieher. Aber jetzt ist es echt leise. Und saft. K-Mechanics Simulator 2021 Demo. A-ha! Was? Interessant gemacht. Ich beobachte nur gerade die technischen Werte des Spiels. Okay. Der legt einfach fast das ganze Spiel ab im Grafikspeicher. Ich werde bekloppt. Äh! So, was haben wir hier Schönes? Okay. Äh, kann man das aufmachen? Okay, es ist zwar lauter, aber es geht. Also, als allererstes fällt mir auf, das Spiel läuft halt extrem performant. Wenn man die anderen Teile davor kennt... Äh, das ist schon mal nicht schlecht. So. Okay, das ist die Reifenwerkzeugkasten. Nicht in dem auch verfügbar. Okay. Äh, wo ist denn unser Büro? Jetzt habe ich ein bisschen schnell gedreht. Was ist das jetzt hier? Ach, geil! Ersatzteilenlager. Gute alte Reparaturtabelle. Wer kennt sie nicht? Oh. Oh, natürlich. Das Wichtigste ist natürlich das Gute. Wie heißt es hier? DW-DW-04. Ja. WD-40 als hier DW-04. Wow. Ja, hätte ich das Tutorial gespielt, wusste ich natürlich, wie ich Aufträge annehme. Aber, hey! So, der Salem. Hallöchen, ist der Boss nicht da? Ich habe gehört, dass du hier zur Probe arbeitest. Großartig. Ich habe ein paar einfache Dinge zu erledigen. Regelmäßige Wartung, Bremsen, Zündkerzen, Stoßdämpfer. Klingt so, als müssten auch die Lager geprüft werden. Du kennst das ja. Viel Glück bei deiner erstrichtigen Aufgabe. Okay. Ja, dann würde ich sagen, äh... Fahrzeug bewegen. Auf die erste Hebebühne. Ach, nee, Quatsch, wir wissen ja gar nicht, was ist. Moment, Moment, Moment. Fahrzeug bewegen. Auf die Diagnosefahrt. Apagos, können wir nicht hin? Ja, wir fahren mal über die Diagnosefahrt. So, innerer Modus. Unterstarten. Was? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ja? 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 Das kann er so prüfen. 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 Wieso kann ich die Batterie nicht checken? Können wir die Posten? Viel haben wir ja nicht! Die Zündspulen sind durch! So, wir brauchen Ersatzteile. Wir brauchen Zündspulen. Gibt's nicht! Gibt's nicht! Was? Zerzelle Motor! Spule? Spulenabdeckung! Ok! Ok! Mein Fehler! So! So! Jetzt! Nein! Ich will die Motorhaube wieder zumachen! So, jetzt fahren wir mal auf die Diagnosefahrt! So! 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 eine Abdeckung macht man nämlich immer von außen nach innen auf! So! 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 irgendwie verschrauben. Aber das ist cool, dass man das dann, äh, weil das habe ich ja damals schon gesagt, beim Car Mechanic Simulator. Dass halt alle Schrauben immer so, äh, ohne dass sie verrostet sind, einfach abzudrehen sind. Geil. So. Äh, können wir jetzt über den Diagnose-Pfad fahren? Ja. Okay, ich lasse es jetzt. So, Turbolader. So, Filter. Okay, jetzt mal weg haben. Oh, der hat das aber nach 80%. Oh, das fehlt doch fast auch noch. Also, für gewöhnlich, wenn du Service machst, ist halt so die Standarddinger, Ölwechsel, ähm, Bremslüssigkeit nachschauen, Kraftstofffilter nachschauen. Servoerlenkung, Bremskraftverstärker. Was ist mit der Flüssigkeit? Okay. Okay, dann fahren wir das Ding da mal hoch. Äh, am besten auch an der Steuerung. Ja, das ist halt so das Standardding. Dass die Dinger ausgeschlagen sind. Oh, die Randnabe hier. Spurstangenkopf. Den meinte ich. Okay. Ich wollte mich grad wirklich hinknien, um den Reifen runterzumachen. Ja, ich mein, die Bremsscheibe ist halt fertig. Schöne ich bei uns Beleg aus, die sind halt auch schon. Aber ansonsten... kann ich die Buchsen auch inspizieren. So. Ansonsten sieht... An der Spurstangenkopf hier. Den tun wir halt noch raus. Klar. Ich soll vielleicht auch mal Sachen best... So, wir brauchen... Ersatzteile. Äh, Bremse. Innenbelüfte, da hat er. Rämmsbeläge. Ähm... Kappelstange. Rückser. Spurstangenkopf. So, dann schmeißen wir mal das Rad runter. Äh, ist beide fertig. Ich kriege die Radnabbel nicht runter. Ich kriege die Antriebswelle so raus. Ja, sehr gut. Hä? Ach, das kommt von hinten raus, das Radlager. Okay. Ah, hätte ich gleich zwei Spurstangenköpfe bestellen können. Okay. Tablet. Ich brauche... Das Radlager. Noch einen Spurstangenkopf. Dann brauche ich Bremsen. Nochmal Belege. Und nochmal inbelüftete Scheiben. Ähm... Ich würde es jetzt wieder montieren. Einmal das Radlager. Die Antriebswelle. Spurstangenkopf. Die inbelüftete Bremsscheibe. Bremsbeläge. Der Bremssattel. Ah ja, Bremskolben passt auch noch. Okay. Ja. Wird ich wie immer über Kreuz angezogen. Wo sieht das Radlager auch hin? Moment. 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 Das habe ich gar nicht gesehen. Das hier ist auch hin. Ach, so ein Mist. Brauchen wir noch ein Radlager. Äh... Dann brauchen wir eine neue inbelüftete Bremsscheibe. Bremsbeläge. Schauen wir mal, wie das satte. Okay, das passt auch noch. Ja. So, wie schaut es denn hinten aus? Ja, man sieht halt schon Riefen hier. Also, 9% oder ein Schäuble hat, aber die passt eigentlich. 1. 2. 3-4. 3 Was ist denn da so rot? Achso, ja, jetzt soll ich hier auch noch einkaufen die Teile Was ist denn da so rot? So, gehen wir auf die andere Seite Ah shit, das war jetzt nicht überkreuzt, aber So, wir werden jetzt mal hochfahren und schauen, was die Kraftstoffpumpe hinten macht Ja genau, die Abgasanlage ist genau das, was ich anschauen wollte Kraftstoffpumpe, wir ausbauen Oh, die ist noch gut Ja, warum ist er denn da nicht angesprungen? Oh, er hat schon alles überprüft Einkaufsliste? Ach quatsch Ach, das ist echt immer eins Sehr lustig Aber würde ich mal sagen, schauen wir mal was das Öl sagt Oh, ich verstehe trotzdem immer noch nicht, warum er nicht anspringt Das Öl sieht schon auch noch gut aus Und da ist noch nicht anspringen Und da ist noch nicht anspringen Ja, das ist noch nicht anspringen Das ist noch nicht anspringen Oh, mein Gott Oh, mein Gott Musik Ich kann mal auf dem Motorprüfstand Nicht in dem verfügbar, na klar Er sagt mir ja hier, dass alles passt Krutzig Ja Schau, schau, ein bisschen gelegt durch Oh mein Gott Schau, schau, schau Schau, schau, schau Es geht noch Ist das nicht auch? Das ist kein Sprit, oder was? Ist der Anlass da hinten, oder? Ne, das hat er mir ja angezeigt Oh, du sollst zum Service hierher und dann springt es nicht an, oder was? Oh, Mann, ey. Vom Otterer. Ne, da ist das noch ganz. Ne, da ist das noch. Das war eine blöde Frage. Wo holt denn der Turbolader die Frischluft her? für mich das Abgasgehäuse. Normalerweise das geht dann weiter das Flammenrohr geht dann weiter runter. Und wo kriegt der die Luft? Was soll die? Die Schläuche werden nicht gezeigt, damit das Ganze ein bisschen übersichtlich ist, wahrscheinlich. Ist die Drosselklappe kaputt oder was? Oh, die ganzen Schrauben sitzen fest, oder was? Ne, Drosselklappe passt. Ach so, das ist nur um Öl nachzufüllen. Also Sprit soll der auch noch drin sein. Hat er angezeigt, dass Sprit drin ist? Das Teil gerne schließen. Sonst. Ne! Ah, Flüssigkeit will ich nicht ablassen. Fahrzeug Info. Es würde ja nicht sein, dass wegen dem Zahnriemen... dem Zahnriemen nicht anspringt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ach so, ja, die untere Umlenkrolle ist im Weg. Ach der... Natürlich ist der Riemenspanner im Weg. Was denn sonst? Zahnriemen F4. Kolbenringe? Geil. Ja, natürlich möchte ich jetzt das Fischwasser auffüllen. So, die Riemenscheibe drauf. Dann brauchen wir einen Keilriem. Die Umlenkrolle... ... fest. Hätte ich das oben doch nicht mehr abmachen müssen. Jetzt. Wie ist das jetzt? Könnte ich jetzt über Diagnosefahrt fahren? Oh-oh. Ich hab' vergessen. Ich hab' den Anlass eigentlich wieder eingebaut. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Weißt du, startet der nicht? Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das man da aus die Bremsflüssigkeit mal nachschaut. Und die Servoflüssigkeit macht er aber. Oh Gott. So. 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 Ich Packiergr…? Okay, Five. So. 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 So, das Lenkgetriebe. Ich habe doch das Diagnose... Oh Gott, ich bin so... Schade, dass es in dem Spiel kein Tutorial gibt. Ich bin so schlau, ey. Ich bin so schlau. Ich habe es nicht so schlau. Ich habe es nicht so schlau. So, was war noch? Habe ich zu wenig drauf gemacht? Ah, ein bisschen viel, aber... Ja, das ist egal, da kann man schon voll machen. Das ist ja lustig. Ich habe ein Relais vergessen, wieder einzubauen. Ach Gott! So, und das ist unser kleines Bastelprojekt. Okay, die Scheibe kann man auch was nehmen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, was wir karosserie-technisch alles aufbereiten können. Äh, Stimmstange machen wir mal runter. Scheinwerfer, vielleicht kann man die auch nochmal... Okay, dann gehen wir mal rüber in unsere Werkstatt. So... Grünflächen und mein Teil erfolgezauberin. Okay... Okay... Nein! Ah, shit! Gut! Okay... Okay... Überschuss! Wie geht's euch? Ich bin dein Lieblingsbilder. So, ich brauche Frontschirmapper, Arme rechts, Arme links. Es ist halt blöd, dass wir das nicht selbst aufbereiten können. So, ich brauche, dass wir das nicht selbst aufbereiten können. Okay. 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 Achso, da waren schon welche drin? Äh, Moment, fehlt die ganze Hinterachse? Die komplette Auffängung hinten fehlt. Ich weiß gar nicht, was der für ein Antriebskonzept hat. Ah, okay. Ach, komm schon. Das ist eine Starachse. Schraubenfedern. So ein Mist. Ich habe die falsche gekauft. Haben wir da aber nicht stark Sinn, dann brauche ich Längslenker HA kurz. Dann brauche ich Stoßdämpfer HA. Ja, zwei. Die Dinger brauche ich. Da haben wir auch jetzt zwei Stück von. Achso. Ah, Alter. Da habe ich die Feder vergessen. Feder HA. Habe ich da eine? Nö. Dann kaufe ich da nochmal zwei. HA steht dann für Heckachse. Hinterachse. Heckachse. Hauptsache irgendeine Achse. Ach Gott, ich brauche ja auch noch hier Designpressgummis, die Gummilager. Buchsen. Achso, ich brauche ja auch noch für oben. Das Federpaket auch, äh, dass man passt. Befestigungsplatte? Okay. Ja, dann her damit. Außenschenkel, hart. Ach, ich brauche noch einen Federhügel für die Festlegungsplatte. Machen wir acht Stück von, äh, vier Stück von. Achso, acht Stück. Und jetzt darauf. Wird das, ähm, Federpaket hier, also die, ähm, wie heißen sie, diese Längslenker. Ja, ich glaube, der ist doch gut. So. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Hallo. Die letzte Aufgabe hast du ja, ist ja auch gut gemacht. Jetzt bringe ich dir ein Auto, das dich etwas mehr erfordern wird. Dieser Super ist ein klassischer Sportwagen. Er war einige Zeit stillgelegt. Jetzt ist deine beste Zeit lange hinter sich, aber er ist noch kein Schrotthaufen. Derzeit sind die Einsteigungsprobleme wahrscheinlich am dringendsten. Aber auch Fahrwerk und Federn müssen überarbeitet werden. Und natürlich sind auch einige Regeln, was die Wagens hat, beidem erforderlich. Lass mich wissen, wenn du damit fertig bist. Rühle wechseln. Rühle wechseln. Ja, klar. Ja, damit. Alter! Sieht aus wie mein Auto. Was? Ei. Das geht halt gar nicht. Wie, Autowäsche ist nicht verfügbar. Ja, äh, hallo? Wie soll ich... Ernsthaft? Es gibt dir die Aufgabe... Alter! Ach, habe ich schon eine komplette Liste? Ja, das ist alles ein bisschen... Boah. Boah. Okay. Dann waschen wir das Auto eben nicht. Das wird jetzt lustig. WD-40 drauf. Oder DW-04. Ansonsten, komm mal weg. Hä? Ach Gott. Ich habe die Kraftstoffwerdung vergessen, jetzt mal. So, das Hinspulen haben wir mal raus. Und die kennen an sich noch. Weil das sind Kerze sind, Asche. So, jetzt können wir mal schauen. Nutzen wir doch mal die Sachen, die das Spiel uns bietet. Und dann können wir doch dabei auch aufpassen. Let's... Oh. Unglaublich. Du bist so konservatnte Liste. Du bist so konservatnte Liste. Sie haben ja auch noch jemanden bereitstellt. Oh. Du bist so konservatnte Liste. Untertitelung des ZDF, 2021 Ich sehe jetzt nicht, dass es extrem schlecht ausschaut. Aber hier halt. Wollen wir wegmachen? Och, komm schon. Hier ist halt ziemlich viel durch. Was ist da? Pumpenriebscheibe. Scheibe. Och, komm schon. Ach, die Umlenkrolle. Ach. Ach. Stimmt. Ach, wie geil ist das denn? Das stimmt natürlich. Ich habe das Wasser vorher nicht abgelassen. Dank. Ach, ist das geil. Das ist gut gemacht. Der Generator. Und das ist noch gut. Lockenwellenrad. Okay, dann wollen wir doch mal auf Shoppingtour gehen. Wett. 日 kabellet. Bis zum nächsten Mal. Die worauf, der Verst duter Nikon und Oh, hvor ist es da? Ah, ich bin jetzt hier. Und das Panama hat irgendwas. Und da wait sehr. Ah, die hatten gar keine spezielle Bezeichnung, okay. So, Wasserpumpebräu auf jeden Fall. Was haben wir hier, die OH, das I6 mit doppelter obenliegender Lockenwelle und hier haben wir nichts. Oh doch, das ist sie. So. 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 . So. 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 Ah, okay, okay, dann reicht's, haben wir hier die... Die Kardanwelle rausschrauben. Natürlich auf der anderen Seite auch noch. Wenn die Kardanwelle nämlich draußen ist, können wir das Getriebe rausschrauben. Natürlich, ich hab den Anlass vergessen rauszumachen, oh Gott. Oh Gott. So. Ach so, ja. Ist die Schraube da oben fest. Ich bin grad schon noch ganz okay aus. Ich bin grad schon noch ganz okay aus. Ich bin grad schon noch ganz okay aus. So, hier kommt noch die Rückplatte. Ach Gott. Kommt noch das Rücklager muss noch neu. Okay, das lassen wir jetzt mal. Schau mal, ob wir den Stabilisator rauskriegen. Äh, aber ich muss jetzt meinen Reifen runter machen. Er muss ja sowieso. Nein. Ich will doch nicht zum... Krümmer. Was soll das denn? Andere Seite. Ja. 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 Da ist die Ölerplatzschraube auch. Ja. 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 Da ist der Motor dran. Ja. Ja. Quatsch, ich muss das erstmal kaufen. ÄHääh. Aufhängung. Tschüss. Tschüss. So. Muss ich wahrscheinlich von oben bloß Öl absaugen, weil ich hier... Ich seh jetzt nix und Federspanne. So. Sollte jetzt so weit runter sein. So was sagt er jetzt noch, Gummilager, Gummilager, aber... Das ist dann eher Hinterachse, beim Belege checken wir noch. Kraftstofffilter, komme ich da ran, von hier aus nehmen. Also wieder nach oben. Okay, das ist natürlich... Okay. Wir bauen mal die anderen Räder auch noch mit runter. Oh weh, Feder ist durch. Achso! Achso! Vom Splegel gehen sogar noch. Es steht dann auch da, dass ich von unten hin muss näher kann. Ich glaube, es ist heute hinter Achse Typ B. Wir sind jetzt hier. Ah ja. Was ist hier, ist die blöde Kappe? Stange. Achso. Oh. 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 Neue Federn reinschmeißen. Oh. 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 Ne, hier hinten die Gummibuchsen passen. Das war dämlich. Ich balle nicht meine Neuteile hier ein. Ich habe als Mechaniker einen sehr langen Arm, dass ich von hinten vom Fahrzeug bis nach vorne durchgreifen kann. Ach, das mache ich das sogar von hier aus. Okay. Das war's. Oh nein. Die passen auch alle? Die hier ist durch gewesen. Die da vorne ist es. Die da vorne ist es. So, dann ist der querlenke. Ach so, es geht noch von oben. Okay. Ja, ihr pläst dann schon ganz schön runter. Das war's. So, dann sparen wir das wieder drauf. So langsam wird ein Auto draus, würde ich sagen. Wichtig ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir noch die Betriebsstoffe nachfüllen müssen. Dann haben wir den Anlasser noch reintun. Dann brauchen wir noch den Kraftstofffilter. So. 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 hier leider vergessen das passt so weit auf hier sitzt die Kühlflüssigkeit achso die hatte ich ja aus Versehen abgelassen so dann brauche ich zu entkerzen sechs Stück die Kühlflüssigkeit zang es war eine zu wenig schau doch gut aus also 65 Prozent ist ausreichend bei dem Fahrzeug da ist der Ulf okay er stellt schon perfekt hin ach Gott da haben wir das neue Öl umsonst drauf gekippt wo ist sie würdest du mal nein ich möchte nicht die Ölwanne montieren würdest du bitte die Ablassschraube da aufmachen okay Die Ölablauchschraube ist jetzt zu. Ok. So was blödes. Es sah voll schon so aus, als ob kein Öl drin ist. Das ist wirklich komplett glänzend. Ach geil, den kann ja auch bewegen. Cool. So, dann schauen wir nochmal. Bisschen würde ich nur drauf geben. Idiotisch oder so. Ok. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd gemacht. Ach, Drosselklappe. Ich mein, was soll der Geiz? Die Spinnerabdeckung war auch nicht mehr drin. Naja. Alles so krass. Ich hab... Ups. Ja, so paar Kleinigkeiten kann man ja mal vergessen. Das ist was blödes. Nein! Nein! Ich hab jetzt richtig drauf geachtet. Ich dachte, sie hätten alle die gleiche Größe. Sooo. Hier hinten kommen die 255 drauf. So was blödes jetzt. Ne, jetzt waren die 255 drauf. Da hinten drauf. Wow. Ich hab echt nicht drauf geachtet beim ersten Auseinanderbauen. Danke, dass das Spiel ist, der Lasse hilft. Tom, ich kann so euch hochgehen. Oh Gott, schlitzender Leute. Ich mein, dass dieyncrasse gehen würde. Oh Gott, drei, zwei, drei, 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 vier, drei. Ich hätte so sicheruchst, die sind so zu k protesting die Branche. Ah ja. Und er hat vor Satan fürionsmole Was ist das? Die Retro 10. Mit 185, 70... Ich kann aber noch größere Räder nehmen. Ach, Quatsch! Passt da der 22 Zoller drauf? Wird es 20 oder 22 Zoll? 22 Natürlich müssen wir erst mal den Reifen noch draufziehen, klar Ist unsere Maschine dafür groß genug? Nee, das ist zu groß Okay, okay, okay Hätte ja sein können Eine Nuller-Einpress-Tiefe und 185 auf 70 14 Zoll, ey Machen wir gleich 4 Machen wir nochmal 185,70 185,70 20 mph 20 mph 20 mph 21,30 21,60 21,30 22,30 21,70 22,70 22,70 D meters 23,70 21,70 22,800 23,70 Oh mein Gott. Ich weiß jetzt, wo es gewuchtet ist. Das wird gehen! Oh mein Gott. 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 Das sind immer ordentliche Schlappen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt ordentlich. Oh mein Gott. 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 Jetzt nochmal gerne schauen, wie schaut es der Motor technisch aus bei dem Ding. Oh mein Gott. Sozusagen wie er tun das den General wollen. Ach das gibt es nicht in der Demo. So. So. So sind das Stehbolzen oder wie nennen sich die Dinger? Ne da ist ja noch das drin. Oder? Was? Hab ich jetzt... Hab ich jetzt gerade wirklich einen Zylinder einfach rausgenommen? Das ist kein gutes Zeichen. Was ist denn jetzt? Was ist jetzt... Der letzte war ja nicht mal richtig fest. Zwei Stück sind nämlich richtig fest. Jetzt schmeiß ich das Getriebe noch raus. Ja, das wird ein bisschen größer, das Projekt hier. Ein Moment, ich will jetzt noch die Kolben hier rausnehmen. Ja. 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 Wie? Alles, was wir können, muss mal rüber gehen. So, was wir können, was wir können, was wir können, was wir können. Oh! Quatsch! So, wie schaut's denn aus mit den Kolven? Auf jeden Fall vier Stück. Und einmal Lagerdeckel. Und einmal Lagerdeckel. So, Kolbenringe. Genau, mach ich mehr rein. Ähm. Kraftstoff Tank holen wir uns noch ein. Kraftstoff Pumpe, Kraftstoff Filter. So, was montieren wir? Das Schwungrad? Nein, da brauchen wir ein neues. Kuponscheibe haben wir repariert, wie man das auch immer machen sollte. Rückplatte brauchen wir eine neue. Kuponscheibe. 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 Neu. Ah ja, genau. Und noch ein Schwungrad. Klar. Kuponscheibe. 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 Okay. Okay, dann brauchen wir Kolben. Kolben, Kolben bringen. Dann machen wir die Mörfler unten verschrauben. Moment, war gar keine Ölwanne unter dem Auto drunter. Stimmt! Kurbelwelle. Ah, da. Es waren ja nur zwei dran. Äh... Ist da gerade vier Punkten auf? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Äh, das ist dran, das ist dran. Das ist nicht dran. Ich hab zwei Punkte erreicht. Irgendwann hab ich da eine? Habe ich keine. Okay. Okay. Ja, ich hab drei Punkte erreicht. Ja, das ist ein bisschen. Ein Feestje? Ein Feestje? Oder ein Flammrohr. Und welches? Achso. Das war jetzt sieh. Sooo. Hat der denn einen Mittelschalldämpfer? Ich hab sogar einen Katalysator. Okay. Seid so alt aus. Äh, Katalysator. Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer. Aber warum V8? So, dann fahren wir doch das hier mal wieder runter. Achso. Falsche Seite vom Auto. So, der Zylinderkopf ist auf 100%. Die Nockenlager brauchen wir noch. So, der passt zu 100%. Die Nockenlager brauchen wir noch. Aber 3 oder 4 ist ja geil. Nein, da sind es fünf oder was? Ey Ein Rad, brauchen wir auch ein neues Ja, ja Rehmenspanner Manchmal denke ich, okay, vielleicht haben wir da noch was Repariertes da, aber woher denn? Selber Pumpe habe ich ja keine Beilenkung mit dabei Achso, Wasserpumpe habe ich nicht, Generator habe ich nicht Das hatte ich gerade Äh, Wasserpumpe und was war das andere? Generator Das ist wahrscheinlich bei Elektrik oder was? Generator So, genau, cooler C Äh, Kurbel und Rehmenscheibe Achso Achso Dann ein Keilriemen Keilriemen A Ah, ein Typ B Ach, ja Ist Mein Fehler Ja Aber den brauche ich auch noch Ha, Glück gehabt Zylinderkopfhaube Zylinderkopfhaube Hallo Äh, Kamera Müssen wir eins drum machen Hab ich nicht Obgaskrümmer, brauche ich auch noch Ich weiß, dass es schön ist, was ich das ganze Auto herrichten kann, aber da brauchst halt echt Zeit für Luftfilterkopfhaube 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 Kühler. Kühler tut C. Stimmt, ihr habt das ganze alte Zeug ja verkauft? Ha! Wäre lustig. Ähm. Bein aufm. Genau. Ach so. Kannst du sagen, ihr fehlt da rein. So. Oh, ne Drosselklappe brauchen wir noch nicht zu. Drosselklappe. Wird da B, A, B, S, Hydroderegrad. Das Zeug ist halt teuer. Ich glaube, wir kriegen das Auto gar nicht fertig. Top-Stoff-Verteiler MPE. Echt, ne Multi-Einspritzung. Ach, okay. Das ist trotzdem nur ne Saku-Einspritzung. Ja klar, klar. Sonst wären ja die Düsen woanders. Wir haben das Kraftverstärker. Das ist wirklich... ... ... ... ... ... Hä? Einkaufsliste. Teil hinzufügen. Also Parallels kostet ja nichts. Ja, wollen wir mal hier bestücken würde ich sagen. Okay. Ich hab noch das Lüfterrad. Okay. 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 Ja, aber Elektrik hätte ich vielleicht gleich meine Batterie kaufen sollen. Okay. Ich hab noch mal alles zerlegen. Hilft nix. Die Hackschenkel geht natürlich nicht raus. Die Trockenstange weg. Okay. 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 Ja! So, dann schauen wir mal, was wir davon noch aufbereiten können. Das geht nicht. Nein! Nein! Okay, das ist clever. Das geht nicht. Das geht nicht. 1. 2. 3. 11. 12. 15. 16. 15. 16. 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 Okay. Jetzt muss ich noch die Hände waschen. Auch mal wieder zwischendurch einen Schluck trinken, ey. Also ich bin jetzt halt schon echt spannend. Ich mach mal so langsam so ein bisschen Sorgen um unser Geld. Ach, die war auch 100%. Ich mach mal so schnell. Ich mach mal so schnell. Da müssen wir ja ein bisschen Geld ranschaffen. Hilft ja nix. Ach Gott, ich muss noch ein ganzer Federbein rausmachen. Ja. 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 Eine Federspannung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich fühle die Gummilari. Was ist das? So, Bremsscheiben im Löffel, alles zu teuer. Okay, die Dinger waren teuer. Ein Stabilisator, Typ B. Koppelstangen. Ja, das ist die zweite Schraube. Ja, das ist die zweite Schraube. Die Räder sind einfach zu geil. Ja, das ist die zweite Schraube. Das ist die zweite Schraube zu halten. Also, die sind Sieg. Nein, ich hab keinen. Ich fülle noch einen Bremssattel. Ja, ich hab keinen Schein. Ich habe einen Schraube. Ja, ich habe einen Schraube. Ja, ich habe einen Schraube. Ich hätte gerade Denguo vergessen oder habe ich eins zu viel verkauft? Oder habe ich eins zu wenig gekauft? Räder, ey! Vier-Loch-Scheibenbremse H. Starkse! Das ist ja nochmal richtig teuer, ey! Das ist ja nochmal richtig, ey! Das ist ja nochmal richtig, ey! Ach komm schon! Das kann ich auch mal einschmeißen. 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 Okay. 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 Das wär nochmal der Hammer. 30! 30! 33! So, ich brauch ne neue Weifen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch keine Zündspulen drauf. Ah! Ups. Ich brauche doch keine Zündspulen. Ich brauche doch keine Zündkabel, oder? Ich brauche doch keine Zündspulen. 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 Ich habe euch den kompletten Innenraum vernachlässigt. Wo ist der Ölmissstab? Hier. Jo, das war was gut aus. Äh, wir brauchen noch Scheibenwischwasseringens. Ich habe euch die Ölmissstab. Ich habe euch die Ölmissstab. So, wie ist das mit dem Kühlmittel? Cool. Wieso hat er das denn nicht vorher angezeigt? Weil ich die Zinsspule nicht dran hatte. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe das mit dem Kühlmittel. Ich habe das mit dem Kühlmittel. Das mit dem Kühlmittel. Hä, Scheibe sind doch drin. Wieso sind denn jetzt keine Scheibenwälderin? Uh... Ich war der Meinung, jemand ist bei den neuen Türen schon drin, ey. So ein Mist. Oh, 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 oh. Das ist aber ein Drehzahlmesser. Ach Gott, es gibt gar nicht eine Demo. Ey, komm schon, das ist ja nichts verfügbar. Kann man das Auto nicht mal Probe fahren oder so? Ja, damit habe ich soweit jetzt eigentlich alles gezeigt, was es in der Demo ist. Was ist denn, was zu sehen gibt? Ist die Demo verfügbar? Gabelstapler auch nicht. Nichts ist verfügbar. Oh, aber ich kann schneller laufen. Das ist meine Werkstatt. Und ich hoffe, meine Cola kann ich mitziehen. Aber ich habe meine eigene Tankstelle. Das ist ein bisschen stört, dass wir kein richtiges Büro haben. Ach so, das gibt es auch nicht in der Demo. Okay. Protestpart Facility. Car Wash, was wir auch nicht machen können. Prüfstand. Die Demo verfügbar. Okay. – – Ganz ehrlich, das Spiel verspricht schon irgendwie cool zu werden. Nur ich glaube, die meisten, die hier zuschauen, oder dementsprechend auch nicht zuschauen, interessiert das Spiel eher weniger. Oh, steht noch ein Fahrzeug. Auf Schlepper. Oh. Was denn? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Ich kann abschließend sagen, es verspricht echt spannend zu werden, das Spiel. Gefällt mir mehr als ich gedacht hätte. Ja, aber ich denke mal, ein Vollpreiskauf wird es nicht werden. So viel Sache ist schon mal vorweg. Wenn es dann in irgendein Steam Sale kommt, dann können wir mal drüber nachdenken, das zu kaufen. Wir vor allem. Dann kann ich mal drüber nachdenken, das zu kaufen. und wie gesagt, machen wir jetzt Feierabend für heute. Dann sage ich erstmal, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hier Was wollte ich jetzt sagen? Hier bei dem Stream und diese jetzt auf YouTube nachschauen. Tut mir leid, dass das Video wieder so lang geworden ist. Ha. Ah, okay. Dann nochmal vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.